Hi liebe Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ähm, ich weiß nicht, was haben wir denn als letztes gemacht? Ah ja, wir bauen heute die Villa weiter. Die, äh, die von letztes Mal hier. Ich muss erstmal gucken, wo die ist. Das ist, ich glaub, ich muss wieder ein bisschen suchen. So lang, so lang kann man ja, äh, das denn alles so, naja, suchen. Und, ja, das ist wieder die falsche Welt. Ich weiß nicht, wieso ich immer die falsche Welt wähle. Aber da wir schon mal hier sind, kann ich da ein bisschen mal mit der, äh, Elytra hier fliegen. Die ist neu, also die gibt es, also so neu ist sie nun auch wieder nicht. Aber sie gibt, aber sie gibt es, sie gibt, sie gibt es halt seit der 1.9. Und wenn man den Feuerwerk einmal anzündet, dann kommt hinter einem so eine Spur und man wird schneller. Guck, also jetzt bin, jetzt kommt, jetzt kommt das. Jetzt werde ich wieder langsamer. Jetzt mach, jetzt nehme ich die Rakete und jetzt bin ich wieder super schnell. Warte, hier bin ich so beim Gras herumfliegen, sieht man das nicht. Ich muss ein besseres Beispiel, ähm, zeigen. Hier, da ist man dann richtig schnell und das finde ich halt super cool daran. Und man kann sogar einfach nur gerade so hochfliegen und dann auf den Kopf und so. Das kann man, das kann man, das ist so richtig lustig. Und man kann dann halt wie so, wie mit so einem Wasserbrett denn so da halt reinspringen ins Becken. Und ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ähm, egal. Gut, dann gucken wir halt jetzt mal hier weiter, äh, wo die Welt dann so ist. Und die Folge wird halt wieder ein bisschen länger, denn wir bauen natürlich die Wille in dem Kreativmodus wieder weiter. Und, äh, ja, das wird halt, das wird halt deswegen ein bisschen länger. Okay, dann gucken wir mal. Also, wundert euch nicht, falls meine Stimme wieder so leise ist. Das liegt halt daran, dass, äh, naja, das Aufnahmegerät halt ein bisschen weiter am Fernseher dran ist. Und deswegen finde ich, dass man, wie gesagt, meine ganze Wohnung sieht und so. Und, ja, was? Ach, nee, das, ich hab gerade wieder den Fallschweig genommen. Ähm, dann gucken wir jetzt mal weiter. Okay, ja. Gut, dann gehen wir hier wieder auf Schwimmbau. Zack, zack, zack. Ähm, dann warten wir, bis er hier geladen hat. Und dann können wir auch wieder in die Welt reingehen. Ja. Und die Villa wird super cool, das sag ich euch. Ähm, wo? Ach, hier, hier, ich hab sie gefunden. Gut. Dann können wir jetzt auch gleich anfangen, damit die Villa weiterzubauen. Ich glaub aber, ich glaub, ich hab die schon weitergebaut. Wart so? Ja, ich hab die schon weitergebaut. Äh. Ja, hier hab ich die schon ein bisschen weitergebaut. Hier hab ich den Fernseher und so gemacht. Aber wir können ja noch drinnen hier ein bisschen weiterbauen. Dafür brauchen wir hier die Treppen. Bauen wir die hier so hin. Dann brauche ich noch, ähm, Zaun. Hier so. So, als, damit es dann so hält. Dann wieder hier die Treppen rauf. Und wieder ein Zaun so da. Wieso? Hä, wieso kann ich nicht mehr fliegen? Ah, jetzt. So. Und jetzt wieder so draufpacken. Wir brauchen aber, ähm, Holzstufen. Wo sind die Holzstufen? Ah, hier. Gut, dann bauen wir die so hier hin. So. Jetzt wird halt die zweite Ebene von der Villa werden. So. Okay. Wenn wir auch gleich mit der Ebene fertig sind, verabschiede ich mich auch, äh, wieder von der Folge. Sonst wird das auch wieder zu lang. Äh, ich guck grad. Ich seh grad, äh, es dauert schon vier Minuten. Also schon etwas, etwas lang. Aber, naja, die Folge ist auch eh gleich zu Ende. Und dann bauen wir das halt hier so hin. Ah, hier. Oh, ich hab ne Idee. Ich kann ja so ein Bücherregal hier machen. Aber das mach ich dann in der nächsten Folge. Jetzt mach ich das noch nicht. Okay. Kann man denn so durchgehen, wenn ich das so baue? Kann man? Nee, man kann das nicht. Gut, dann mach ich das hier wieder weg. Bau hier wieder ein paar Stufen hin. Das ist... Ah, Mist. Wie mach ich das denn hier? Ach ja, einfach so. Egal. Gut. Ähm, bauen wir jetzt wieder hier so hin. Kann man denn da so ein Bett hinbauen, damit man das hier noch nicht sieht? Äh, okay. So. Zack, 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 zack. Und das ist richtig komisch. Ich, ähm, hab hier irgendwie gerade keine Freunde. Das ist einfach richtig komisch. Ich hab hier keine, keine Freunde einfach. Ich hab eigentlich 1.000 Freunde. Aber gleich seht ihr, hier sind keine. Hier sind einfach keine. Hier ist einfach nur mein Account. Und wenn ich, wenn ich dann einen Freund einladen will, also ich will dann einen Freund einladen so, gut, dann drück ich jetzt so auf Einladung, Freund auswählen, ja. Und dann, und dann stehen da einfach, und dann stehen da einfach so Freunde, die ich gar nicht kenne. Ich mein, mit wem würde ich mich dann anfreunden, der Äffchen von Chor heißt? Oder, oder Augusto Brasilien? Das ist einfach, das sind alles hier einfach alle Freunde, die ich eigentlich gar nicht kenne. Wo ich die auch gar nicht angefreundet hab. Naja, egal. Hoffentlich wird's demnächst dann halt besser. Dann könnte ich auch wieder mal Multiplayer mit meinem Freund spielen. Aber, ich hab, ich mach's ja so nach der Reihenfolge. Also, erst mach ich den Battle, dann Kreativmodus, dann Überleben. Also, ich hab noch eine Folge lang Zeit, bis ich das dann mache. Oder, ich mach dann halt irgendwie Multiplayer-Modus, wo ich eigentlich mit meinem Freund spiel, mach ich mal, mach ich dann mal, ähm, Einzelspieler so halt. Damit ich dann das nicht so machen muss. Ach, und wie machst du jetzt? Oh, ich hab ne Idee, ich mach's einfach. Zack, so, pum. Gut, haben wir ne Lampe und dann noch das schnell so. Okay, und ich hab noch ne kleine Idee. Oh, das hat sich sogar gereimt, Leute. Okay. Dann nehmen wir noch, wow, das wollte ich nicht. Dann nehmen wir hier schwarzes Glas, packen das hier so hin. Und dann, oh nee, das passt jetzt hier nicht. Ah, nö. Ich wollte was, ich wollte was machen. Oder, kann ich das? Kann ich das noch machen? Ja, so, so als kleines Geländer, wollte ich hier so den Lang machen, aber... Und das da hinten stört halt so. Ich wollte das nämlich da so den Lang machen. Egal. Okay, dann bauen wir hier noch scheiß Werte. Und dann verabschiede ich mich auch wieder mit der Folge. Gleich? Ja? Gleich, aber ja. Okay, so. Hm, was könnte ich denn hier noch hinbauen? Ah, ich weiß, was ich weiß, warum... Zack, ein Zaubertisch. Pam. Jetzt sieht man es kaum noch. Ja, kaum noch. Okay. Ja, dann hätten wir es hier eigentlich schon geschafft. Obwohl, warte, ich will das noch mit der Lampe hier noch schnell korrigieren. Bevor ich mich dann mit der Folge verabschiede. Will ich das hier, wie gesagt, noch schnell korrigieren. So, dann brauch ich Quartstufe. So, zack. Äh, ups, ja, so. Ah, Mist, das funktioniert nicht. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee, die ich machen kann. Ah, ja, die Idee ist wirklich super gut, Leute. Ich nehme, ich nehme, warte, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Ah, ja, hier, ich nehme ein Ziegel, dann Spinnweben, dann baue ich, nee, den mache ich anders. Da baue ich hier halt so, 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 wie heißt das? Äh, Kamin, nicht Kamin, sondern Schornstein. So, ja, brauche ich hier den Schornstein hin. Und, äh, und das Netz soll dann halt so, äh, so raus sein. Und, äh, und dann können wir hier wieder reingehen. Und, gleich oben die Lampe anbringen, so. Dann machen wir die Lampe da hin. Das dann so. Dann ist die halt einfach so richtig drin, so die Lampe, so an der Decke. Und, man merkt nicht, dass es rausguckt, weil ich da drüber ja halt einen Schornstein gebaut habe. Und ich finde, das war richtig clever von mir. Aber ich nehme mich jetzt nicht so viel selbst loben. Denn, äh, ich will mich auch ja wieder, wie gesagt, von der Folge verabschieden. Und, ja, Mist, ich habe alles falsch gebaut. Das, das soll doch, ah, Mist, jetzt habe ich das alles, oh mein Gott, jetzt habe ich das falsch gebaut. Oh, warte, bevor ich, die Folge wird super langen. Wenn nicht, muss das hier alles nochmal korrigieren. Das soll nämlich nicht Holz sein, sondern, sondern, sondern Quarz. Oh, okay, jetzt muss ich das einfach alles noch abbauen. Aber dann kann ich ja nochmal von meinem Tag erzählen. Also, naja, ich habe eigentlich heute noch nicht so viel gemacht, weil es erst kurz nach Mittag ist. Das ist die Folge, wie gesagt, jetzt kurz nach Mittag auf. Und, äh, ja, ich habe halt heute noch nicht so viel gemacht. Abgesehen, ich bin noch Fahrt gefahren. Ja, okay, dann habe ich noch Liegestütze, ein paar Liegestütze gemacht. Äh, ja, und gefrühstückt, das ist natürlich auch, klar, ein bisschen Fernsehen geguckt. Und jetzt nehme ich auch noch, äh, hier die, die, die Folge auf. Und das ist eigentlich heute früh schon alles super spannend gewesen und so. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn ich die Folge am Abend jetzt aufgenommen hätte. Dann könnte ich natürlich mehr davon erzählen, was ich so am Tag gemacht hätte. Weil, das ist ja, wie gesagt, das kurz nach Mittag, da kann man ja noch nicht so viel gemacht haben. Außer, äh, naja, man ist im Urlaub auf einem anderen Land. Dann kann man viel machen. Man ist ja dann meistens auf dem Hotel. Und beim Hotel kann man dann natürlich, da gibt es auch noch manchmal so einen Pool. Und dann kann man da dann halt so baden und so frühs und schon. Und dann wird auch noch so, da kann man da so unten so in einer Bar so runtergehen. Und dann gibt es dann so richtig leckere Sachen zum Essen. Uiuiui, ich gucke schon auf das Aufnahmegerät. Äh, die Folge geht schon hier richtig, richtig lange. schon, äh, warte, äh, elf Minuten und dreiviertel Sekunden, also 45 Sekunden. Ich glaube, die Folge wird sogar länger als die andere Kreativfolge. Naja, die andere Kreativfolge ging zwölf Minuten und 49 Sekunden. Mal gucken, ob ich das jetzt hier schlagen kann. Das klingt richtig komisch. Mal gucken, ob ich das jetzt hier schlagen kann. Ob ich das so schlagen will. Ich glaube, ihr habt das auch schon kapiert, was ich meine. Oh, jetzt fehlt mir noch das Glas. Gut, dann hole ich hier nochmal schnell, also Glasscheibe hole ich mir nochmal hier mal schnell. Ja, ich glaube, am besten mache ich das hier gleich nochmal weg. Und dann mache ich erst das danach dann drauf. So, hier. Okay. Und jetzt muss ich noch hier die Stufen machen und mal gucken, was für, ich muss ja noch hier ausprobieren, was eigentlich am besten aussieht, wenn ich jetzt hier, ähm, so, so einen Halter machen will. Dann nehme ich erst mal hier alle Zäune. Ich glaube, das Gitter wird eh nicht gut aussehen, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal da. Dann packe ich das hier hin. So. So. Und dann probieren wir es mal aus. Eichenholz sieht so aus. Fichtenholz ist das hier. So. Ja, sieht auch schon ein bisschen besser. Ich kann immer nur eins versuchen. So. Warte. Hi, jetzt hab ich den Quarzblock da abgebaut. Ah, was bin ich denn für geschlüsselt? Wie kann ich das überhaupt, wie kann das überhaupt passieren, wenn ich hier, äh, wenn ich hier den Zaun abbauen will? Ich mein, so, dann kann man noch nicht sein, um das dann so abzubauen. Äh, ups, das wollte ich nicht, sondern das. Naja, das, das passt auch gut. Ich probiere mich noch das. Das. Ich glaub, das hier, das hier ist am besten, finde ich. Oder ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr am besten findet. Dann kann ich das auch brauchen. Machen wir das hier. Warte, okay, dann packen wir erstmal, wow, dann packen wir das jetzt mal nach oben. Dann nehmen wir das Subsidium. Dann mal, dann korrigieren wir das hier. So. Pam, pam. Und dann machen wir noch hier die Quarzstufe. Und jetzt will ich mich auch an dieser Stelle verabschieden, denn die Folge ist eh schon viel zu lang. Hier geht jetzt schon 14 Minuten. Und, ja, okay. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Und, ja. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Tschau!